Was geht ab, meine Sie, Fighter, Osteria und Part 2 der Thank You Celebration ist nun online auf der globalen Version. Dementsprechend werden wir uns heute alle Informationen und Details ansehen, damit ihr wisst, was, wo, wie, ihr machen müsst. Auf jeden Fall super Zeit der Celebration. Bevor wir das aber machen, Freunde, wir haben wirklich sehr viel Informationen heute bekommen zu den ganzen Spielen, die wir quasi hier so, ja, haben im Channel, sage ich mal. Und zwar, wenn ich das ganz kurz anknüpfen darf für Doka Metal JP, Freunde, haben wir die ganze Übersetzung für die Dragon Ball Heroes Charaktere. Schaut da am besten bei mir auf Twitter vorbei, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, da bekommt ihr die ganzen Übersetzungen und schaut natürlich an diejenigen, die da beteiligt sind. Aber sie sollten morgen, 21 Uhr ist momentan gesetzt, erscheinen auf der japanischen Version für Goku Black. Für den neuen Goku Black auf JP haben wir leider noch keine Informationen, er kann mich mit dem Data Downloaden, sollte vielleicht noch diese Woche kommen, Ende der Woche zu Black Friday vielleicht oder dann die nächste Woche. Und dann haben wir noch das nächste Extreme-Z-Battle, Freunde, für das japanische Doka-Battle, nämlich es ist das Extreme-Z-Battle zum Strange Super Saiyan 3 Vegeta. Wir haben auch hier noch kein Datum, wann das Extreme-Z-Battle Online kommt. An sich sollte vielleicht heute noch folgen, die ganzen neuen Informationen zu der JP Celebration, eben mit dem Dragon Ball Heroes Banner, mit Goku Black Banner erscheinen wird, mit dem Extreme-Z-Battle, mit der Ankündigung und so und so fort. Aber wir haben die ganzen Details schon mal zum Super Saiyan 3 Vegeta, zum Strength Super Saiyan 3 Vegeta, zu seinem Extreme-Z-Z-Battle, und zum Tech Super Saiyan 3 Vegeta, Freunde. Und dann haben wir noch dazu, Freunde, auf, weil ich das auch kurz ankratzen darf, auf Dragon Ball Legends haben wir, Freunde, einen Black Friday-Teaser, nämlich da wird ein Sparking Goku Black kommen. Wir haben eine Wartung für morgen gesetzt, nämlich diese Wartung, nee, für Donnerstag, Freunde, sorry, für Donnerstag ist die Wartung gesetzt. Und zwar geht diese von Donnerstag, 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens, entweder erscheint dann der neue Goku Black eben am Donnerstag oder spätestens mit den Black Friday-Angeboten, Freunde, am Freitag, nämlich am 23.11.7 Uhr morgens unserer Zeit. Das soll ich auf jeden Fall noch ankratzen. Apropos Dragon Ball Legends, ich habe eigentlich ein Dragon Ball Legends-Ticket zum Video für euch vorbereitet gehabt, die letzten Tage. Ich konnte es noch nicht rausholen, weil so viel eben losgeht, da gehe ich auch auf die V-Jump-Links ein zu Sparking Shit und Sparking Super Saiyan Bardock. Wenn ich dazu komme, werde ich es auf jeden Fall morgen releasen für euch, Freunde, morgen veröffentlichen. Da gibt es ein kleines, angenehmes, ja, Sparking-Ticket-Sum an der Stelle, würde ich sagen. Und, Freunde, heute ist auch noch Shizui rausgekommen, heute gibt es auch noch ein Shizui-Sum auf Blazing. Soviel aber zu den ganzen Spiel-Informationen, wir machen weiter, beziehungsweise fangen an mit Part 2 der Dragon Thank You Celebration. Part 2 ist momentan online, Freunde, und da haben wir hier, wie gesagt, Part 2 der Dragon Thank You Celebration. Wir haben neue gewisse Events, Full Power Goku erwartet uns das Comeback von Ele Vigito und Ele Gogeta. Wir haben Part 2-Missionen, Freunde, hier steht es da dran, bewältige alle Missionen, um 77 Dragon Zones zu bekommen. Diese Part 2-Missionen gehen erst ab morgen online, ein Uhr nachts unserer Zeit. Jedoch, Freunde, ich denke, das sind keine neuen 77 Zones, sondern da sind Part 1 und Part 2-Missionen inbegriffen. Denn wir haben hier schon, wenn wir einen Blick drauf werfen können, die Part 2-Missionen, die neu hinzukommen werden. Abgesehen von den Story-Missionen, wo wir quasi, wenn wir jeden Free-to-Play-Charakter-Helfe, einer 17, C-18, den neuen Freezy, den neuen Cell auf SC-10 bekommen, je zwei Stones bekommen. Wenn wir alles auf sie hat und normal schaffen, bekommen wir nochmal zwei Stones und dann bekommen wir nochmal einen Stone, wenn wir unter speziellen Bedingungen das Event schaffen, das Story-Event. Aber die Bedingungen für diese Missionen ist ja an der Stelle, mit der neuen C-18 einmal das Event oder eine Stage zu schaffen, Stage 7 nämlich an der Stelle. Und, ja, wie gesagt, so viel für die Story-Event-Missionen, aber was hinzukommt zu Part 2, sind eben so zusätzliche Missionen. Und zwar, wenn ihr quasi einmal die kompletten Advanced-Missionen schafft, bekommen wir sieben Missionen, also sieben Janks und, sorry, aus Part 1 und Part 2. Was neu zu Part 2 hinzukommen wird, ist, das sind Extremes Battle-Gewinnen gegen einen Level-10-Gegner, Level-5-Gegner und so einen Sportfreund, wie es hier dran steht. Da bekommen wir nochmal jeweils fünf Stones, heißt, von den Advanced-Missionen bekommen wir zusätzlich nochmal von Part 2 17 Stones. Die Intermediate-Missionen sind an der Stelle, damit wir eine Stage schaffen, ohne, also zehnmal eine Stage schaffen, ohne ein Continue zu benutzen und zehnmal eine Stage schaffen, ohne ein Support-Event zu benutzen. Wenn wir das gemacht haben und dann noch die zusätzliche Part 1-Missionen, bekommen wir uns zusätzlich dazu noch 17 Janks und an der Stelle. Und, ja, Intermediate-Missionen haben wir noch hier, Clear Stage Without Any Continue, fünfmal, genau, ohne Support-Event, fünfmal. Und wenn wir das bis zu zehnmal schaffen, Freunde, bekommen dann eben die 17 Janks und insgesamt, wenn wir Part 1, Part 2-Missionen komplett alles geschafft haben. Was dann auch hinzukommt zu den Basic-Missionen, zu Part 2, was auch hinzukommen wird, um es besser zu sagen, sind, wenn wir quasi einmal im Barbershop etwas kaufen gegen Trade Points, oder Trade Points bekommen, wenn wir drei Support-Items benutzen und wenn wir sieben Support-Items benutzen, Freunde, dann bekommen wir da nochmal fünf Janks und für diese sieben Support-Items. Aber dann, wenn wir alle Basic-Missionen geschafft haben, sind das dann nochmal sieben weitere Janks und für uns. Ihr merkt schon, das sind dann insgesamt nicht 77, sondern das ist dann quasi, was noch hinzukommt zu Part 2, wird noch hinzuberechnet zu den Part 1-Missionen. Sollte halt nicht so sein, aber auch selbst dann sind das wirklich eine gute Anzahl an Sloans. Dann haben wir einen Janks und Sale online, Freunde, das ist schon online, könnt euch gerne mal abchecken. An der Stelle Full Power Goku kommt am, wir haben noch kein genaues Datum, beziehungsweise haben wir Gesetz gehabt für Mittwoch, 6 Uhr morgens, aber es gibt eine Wartung, nämlich am Morgen von 5.50 Uhr morgens bis 7.50 Uhr morgens gibt es eine Wartung und nach der Wartung sollte dann Full Power Goku erscheinen in seine Banner-Freunde. Seinen Banner haben wir uns angeschaut im Banner-Preview, was dazu zu sagen gibt auf jeden Fall. Und sein Dokument kommt ebenso online, das Story-Event kommt dann morgen auch online nach der Wartung. Hier steht eigentlich dann dran, Logo 6 Uhr morgens ist auch Gesetz für die Banner gewesen, aber eben, weil eine Wartung für morgen ist. Und das Spiel dann natürlich geschlossen ist, sage ich mal, sollte nach der Wartung das Banner von Full Power Goku kommen, sein Dokument und sein Story-Event hier an der Stelle. Oder ein neues Story-Event, um es besser zu sagen. Diese Story-Event kommt ebenso nochmal zurück, Freunde, und zwar eben zur selben Zeit, 7.30 Uhr sogar, Mittwoch, 7.30 Uhr kommt das Ganze zurück, ja auch nach der Wartung. Dann, Freunde, zu den Rank-Missionen, wir haben noch nicht genaues zu den Rank-Missionen, was wir genau pro Level bekommen werden, aber wir wissen, wie viel wir an sich bekommen werden, nämlich 80 Dragonstones mit den neuen Rank-Up-Missionen. Die Rank-Up-Missionen jedoch kommen erst am 27. November, 7.30 Uhr unserer Zeit, heißt genau nächste Woche Dienstag. Und wir wissen noch nicht, was wir genau für jedes Einzelbe bekommen, jedes 5. Level, etc. Aber wir wissen, wir bekommen 80 Dragonstones an sich, und die aktuelle Rank-Up-Missionen gehen ja von 1 bis 200, und daraus bekommt man, glaube ich, insgesamt 100 Dragonstones, haben wir gestern im Stream gerechnet, glaube ich. Und dann wird es natürlich ab Logo, ab 200, bis, das ist die Frage, bis wohin gehen diese Missionen, die neuen. Ich hoffe, nur bis 300, weil das wären dann 80 Stones, aber es könnte auch legit bis 400 gehen. Da wissen wir eben erst nächste Woche Bescheid, aber wir bekommen an sich 80 Dragonstones. Und ich schätze, 300 mindestens, bis 300 mindestens, wenn die das hochsetzen, sag ich mal, die Rank-Up-Missionen. Dann, Freunde, das Thank You Dokkan Festival mit LLWG und LLWG, das Comeback, kommt online, nämlich am 27. November, Dienstag. Da steht keine genaue Uhrzeit dran, aber das sollte bei uns auch der Dienstag sein. Vielleicht kommt auch wieder eine Wartung rein, oder es kommt eben zu den Zeiten um 37 mit den Rank-Up-Missionen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch vielleicht eine Wartung reinkommt, denn da sollten noch die Tickets hinzugefügt werden. Es wird Tickets geben. Die Sache ist jetzt, Thank You Dokkan Festival Tickets heißen die, das heißt, diese Tickets werden wahrscheinlich nur für dieses Banner hier sein, für das Thank You Dokkan Festival Banner. Und man wird sie zum einen, wissen wir, auf jeden Fall, kaufen können über einen Pilaf-Strope, Dokkan-Thank-You-Pack, also eine Pilaf-Strope-Pack. Könnte aber auch sein, dass sie vielleicht Discounts kommen und Pro-Multi-Tickets bekommen, etc. Wir wissen, wie das Ganze läuft. Momentan haben wir keine Informationen dazu, wir werden nächste Woche schlauer. Aber, Freunde, wir wissen auch, guck mal, wann endet das Ganze? Am 22. Dezember. Und Mitte Dezember, ich sag mal, vorletzte Dezemberwoche, ist eben auch so Gen-Weihnachten und Dragon Ball Super Broly-Film. Wir haben das im Banner-Preview sehr stark angekratzt, Freunde, sehr stark darüber diskutiert, dass man auch vielleicht diese Banner skippen könnte, weil eben das zum Dragon Ball Super Broly-Film kommt. Und falls euch dieser Dragon Ball Super Broly-Film nicht interessiert, die Charaktere, dann könnt ihr natürlich summen. Aber was gibt es hier zu sagen? Im Banner-Preview haben wir, wie gesagt, sind wir näher drauf eingegangen. Ganz kurz, wenn ihr Full Power Goku haben wollt, dann habt ihr hier die höhere Chance, um Full Power Goku zu ziehen, weil hier haben wir 5% aufgeteilt durch die 7 Featured-Charaktere, die hier Featured sein werden. Und hier haben wir, hier sollte Full Power Goku auch drin sein, aber hier haben wir nur 3% aufgeteilt durch 12 Charaktere. Also hier die Chance auf Full Power Goku ist geringer, wir haben aber hier Vegito, Goita, etc. Da müsst ihr quasi selbst entscheiden, ob ihr summen wollt, wo ihr summen wollt. Wie gesagt, hier sind die Chancen besser für Full Power Goku und genau, da seid ihr auf jeden Fall gedenkt. Aber behaltet im Hinterkopf, dass wir uns auf den Dragon Ball Super Broly-Film bewegen. Dragon Ball GT Saga Story Event kommt online am 28. November 37, dieses Event ebenso. Und dann bekommen wir einen Extrems Event, das Extrems Event von Ultimate Gohan bekommen wir mit einem Majin Buu Saga Katori-Banner. Das kommt online am 30. November Freitag, 7.30 Uhr, unsere Zeit, mit einem Extrems Event. Pilar Stoff Pack, kennen wir alle. Und da wird hier quasi für das Extrems Event, das kommt ebenso am 30. 37 Uhr online, da wird die Majin Buu Saga Kategorie sehr effektiv sein gegen das Extrems Event und natürlich auch extrem physisch Charaktere. Okay, dann haben wir hier einen Eldakai Summit, kommt online am 3. Dezember, 7.30 Uhr, unsere Zeit. 15 Strengthsons für 5 Eldakai. Wir haben einen Peppy Golds, meiner Buller und Chi Chi sollten neuen zu kommen auf der globalen Seite. ist am 7. Dezember, 7.30 Uhr, unsere Zeit, online Freitag. Und von der Super Battle Road wird ab dem 7. Dezember, 7.30 Uhr, unsere Zeit, jeden Tag daily, täglich erhältlich sein. Bis zum 19. Dezember. Folgendes, Freunde. In JP kam mit Full Power Goku, da kamen mit Full Power Goku die neuen Kategorie-Stages für Super Battle Road. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch zu Global kommt, weil auf JP stand da dran, New Stages, glaube ich, werden hinzugefügt. Hier steht nur dran, dass es täglich erhältlich sein wird. Könnte aber sein, Freunde, weil es eben auch mit Full Power Goku kam, dass vielleicht auch die neuen Super Battle Road-Kategorie-Stages hinzugefügt werden. Da werden wir dann erst im Dezember schlauer. Dieses Event kommt ebenso online, 7. Dezember, 7.30 Uhr. Und dann haben wir noch das Rebellion Special Event, kommt ebenso online am 7. Dezember, 7.30 Uhr, Freunde. Und so viel zu den ganzen Part 2 Missionen, Freunde. Das war es auch schon. Wie gesagt, die Special Missionen kommen morgen online, muss ab. Das sind quasi, da werden Part 2 Missionen hinzugefügt, die wir uns angesehen haben. Und wenn man dann alles schafft, aus Part 1 und Part 2, die wir uns angesehen haben, dann bekommt man quasi, so wie ich es verschatten habe, bis zu 77 Dragonstones. Und ja, welche Einzelnen genau kommen zu Part 2 morgen, haben wir uns auch angesehen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall all diejenigen, die Summonen, werden sehr viel Glück im Full Power Goku-Banner. Aber er hat aber Hinterkopf wegen dem Dragon Ball Super Broly-Film. Ich werde morgen wahrscheinlich nicht direkt Summonen bei Full Power Goku. Da werde ich mir wahrscheinlich ein paar Tage Zeit nehmen. Wir werden aber einen Summon starten. Ich bin auf jeden Fall gewillt, bei Full Power Goku zu Summonen. Ein Summon-Video auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht direkt morgen, Freunde, damit ihr da Bescheid wisst. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem, was ihr macht. Und sehr viel Glück bei dem, was ihr Summonen macht oder wo ihr Summonen. Und lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch das ganz gefallen hat, gebt ein ganzes Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.